Sänger Boy George lästert auf Twitter über Herzogin Megan Boygerke ist kein Fan der Herzogin Der britische Sänger Boy George, 59, macht auf Twitter seinem Ärger über Herzogin Megan, 39 Look Hintergrund ist ein bevorstehendes Interview bei US-Doc-Ikone Oprah Winfrey Wie er deshalb jetzt über die Frau von Prinz Harry, 36, ablästert, zeigen wir ihm wie die Interview von Prinz Harry und Herzogin Megan sorgt für Unmut Die Ankündigung, dass Harry und Megan Oprah ein exklusives Interview und einen intimen Einblick in ihr Leben geben wollen, sorgte am britischen Königshof für Aufregung Britische Mädchen hatten prophezeit, dass Harry und Megan mit dem Interview eine große britische Königshaus einreißen werden Allerdings berichten Insider, dass das Pader Queen auf keinen Fall der Königin mit dem Interview schadet Trotzdem Teile der Buckingham Palace jüngst mit, dass Megan und Harry nicht in die Royal-Familie zurückkehren Musik Amen. Amen.